was für ein tolles gespräch mit marina berini die ich heute in der sendung habe es geht ums glücklich sein und man hat ja das gefühl wenn man glücklich ist dann kann man bäume ausreißen dann gelingt einem alles und schwupp passiert irgendwas und du denkst das ding ist wir lassen uns viel von äußeren sachen beeinflussen und lassen uns dadurch unsere stimmung kreieren und marina weiß wie das geht sich selber so zu stabilisieren dass man auch durch krisen gut und gelassen hindurch gehen kann ich wünsche euch ganz ganz viel spaß mit der sendung und nicht vergessen abonnieren und glocke aktivieren macht's gut ihr lieben viel spaß